und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde war sonder wir spielen wieder luftkampf vorherrschaft entschuldigung mein gott gibt es ja gar nicht aber den brauche ich jetzt nicht unbedingt er fängt schon wieder an zu haken warum auch immer der braucht keine bomben weil das vorherrschaft ich werde mal hier genau die nehmen er hat auch nur dann auch die alles klar dann war es mal die maschine ja was kann über die karte ist die ziel oder sowas ich kann auch noch die zielung wird dann natürlich sein könnte natürlich die ließen haben vorherrschaft war doch war das punkt a angreifen ach ja da ist er ja wir landen wieder wahrscheinlich guck mal fliegen wir doch mal hier in so einer staffel dahin so guck mal noch mal dahin kommen boten einheiten gegner sich lustig aber sind noch gar keine das war falsch gut doch da war ein kumpel unser zieler bereich aber erobert ja weil ich noch auch noch nicht einen roten hier irgendwo sehe aber auch gegner ja na dann da sehe ich was ach so ja gibt ja mehrere punkte so ist das klar steht darum abc mein gott ich bin auch geliehen manchmal guck mal hier darauf hin noch mal ein treffer ja ach ja ach ja lalalala da war es wieder auch noch mal eine bomber dann muss ja immer noch attacken troops um attacken troops ja ich nehme gleich den bürgen ja hätte ich mir vorher gewusst hätte ich den eu genommen ich brauche ich bin mal genommen so klappenkampf klar wieder ich bin bomba genommen nämlich auch gleich dann und noch mal gucken dass wir da mal ein paar boden einheitenplatt kriegen der stützt ab oder die kash aus hongry wahrscheinlich wenn er richtig gedeutet habe da hat er wird wahrscheinlich zu schnell sein für mich oder dreht mhm, er dreht Gucken, dass wir noch mal ein bisschen von der Seite kriegen Betroffen nochmal betroffen Ah, nicht überhitzen So eine Ärger Na, ich komme aber noch nie ab Abschlusshilfe, da ist er weg Sehr gut Da ist er weg Da ist er weg Ganz weit weg Oh, da schießt er mal ein Kumpel von mir Oh, die ist dort hin Schmutzbuckel Rums, kritischer Treffer, sehr geil Wurde Brand gesetzt Sehr, sehr cool Der ist abgestürzt Der brennt immer noch da hinten Schusshilfe gekriegt Schusshilfe gekriegt So, was mit ihm Kriege ich denn? Na, ich glaube nicht Ein Segelflieger Oder was? Was ist das denn? Ja, ja, ich weiß Ich gehe ja schon Ich gehe ja schon So, was haben wir noch hier Oder haben wir auch noch welche Gucken wir nochmal, der liegt gerade weg Der Haselnussboy, der kommt gerade Der Haselnussboy, den haben wir nochmal direkt hier Mal begrüßen Abschlusshilfe und weg ist er Rums Treffer, treffer, treffer Rums, Abschlusshilfe Mein Gott, Abschlusshilfen, Serie Jetzt gehe ich Oh Hilfe Aua Kannst du, kannst du mal schießen Vielleicht Hey Ah Mist, jetzt brenne ich Ich brenne und Hat nur mit irgendeiner Kollision gehabt, glaube ich Mit dem, mit dem, der mich abgeknallt Schade für dich Bis Vincent auch gestorben Ist er noch in mich reingeflogen Tja Kumpel Selbst schuld Würde ich sagen So, nehmen wir mal 250 Kilo Bomben mit Und gucken wir mal, ob wir die Truppen da platt machen können Schauen Wir müssen es jetzt halten Ja, ja Ist hier bitte Bomben noch? Da hinten ist eine Fünf Einheiten sind nur noch da Aber Wollen wir schon den kriegen Ja Warum haben die jetzt Die haben zwei Punkte Das finde ich aber nicht nett Lala Da hinten sind auf jeden Fall Zwei Einheiten noch Die werden wir doch mal Wenn wir doch mal hin Gucken wir noch mal Gucken wir noch mal Das Ding noch mitnehmen Da hinten Wollen wir mal ein bisschen schneller Bis dahin kommen Vielleicht Eine Bombe habe ich nur Ne, jetzt macht er nicht kaputt Ach du bist so ein Sack Echt So, ich mach mal die Bombe raus So, fertig Nein, nicht Landung Nein Da fahr die lieber mal ein Was ist hier los? Mein Gott Aber ja Da merkt man, dass Ein Bomber ist Treffer Der ist ziemlich schwerfällig Aber Oh, rums, rums, rums Gewild Ist ja noch nicht Nehmen so ein Sack Oh, ich glaube wir haben gewonnen Hahaha Sehr geil Noch einmal Ne, zweimal abgeschossen Wurde ich Was soll's Mein Gott War aber gar nicht mal so schlecht Die Runde Ich habe zwar nicht Ein Abgeknallt Selber Aber Ein paar Abschusshilfen Gegeben Fünf Abschusshilfen Na ja Alles gut Ich habe direkt wieder Wollt erforscht Sehr cool Für den Bomber Und da habe ich Alle Modifikationen Wollt erforscht Sehr cool Und da habe ich auch Neues Flugwerk Was habe ich denn Ja Assist Streak Cool Neuer Aufkleber Aha Herausforderung Hilt von Europa Aha Joa Fünf Abschusshilfen Ist doch okay Eigentlich Joa Das war's dann wieder Ähm Wenn euch die Folge wieder gefallen hat Lasst ein Abo da Lasst ein Like da Lasst ein Kommentar da Ich wünsche euch wieder Einen schönen Tag Einen schönen Abend Wie auch immer Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss